Danke. Oh, sehr laut. Darf ich mich vorstellen, die für die mich nicht kennen, Hartmut Peter Fallstein. Und ich habe mich hier als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung gestellt, weil ich die Schnauze vornehme, ganz einfach. Das, was in dem Land passiert, bewegt mich und treibt mich um. Das ist in groben Bezügen das, was mich antreibt, Bürgermeister zu werden. Ja, äh. Was hat ein Bürgermeister mit dem, was im Land passiert, zu tun? Die Unterstufe eines Staates ist eine ganz einfache Gemeinde, die sich organisiert mit anderen Gemeinden. Und vor allen Dingen vielleicht anfangen wir mal, was Roman Herzog mal gesagt hat, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Was findet hier in diesem Land statt? Ich kann es Ihnen von meiner Verhandlung sagen, die letzte Woche stattgefunden hat. Wenn ein Richter hinstellt und sagt, dass das Grundgesetz, wir Deutsche uns in freiwilliger Abstimmung gegeben haben. Also mein Wissensstand ist, dass wir das Grundgesetz von den Anilierten auferlegt bekommen haben. Dass es, dass es, also das ist mein Wissensstand von Carlo Schmidt in der Präambel, muss man mal ein bisschen durchlesen, was da drin steht. Und wenn ein Richter das sagt, dann weiß ich nicht, was, wenn er sagt, die Grundwerte, Grundgesetz, Artikel 1, 2. Dann kann man den Verhandlung haben. Richtig. Aber wir sind hier in einer eventuellen Bürgermeisterwahn, die stattfindet mit mir. Und die Grundlage einer Gemeinde ist, auch den Wissensstand der Gemeinde etwas zu erhöhen. Und zu sagen, was los ist in dem Land. Oder nicht, wenn Bedarf besteht. Und was kann ein Bürgermeister selber machen, außer, dass er Vereinte, entsprechende Gemeinde fördert, hervorhebt, dass er, was soll man sagen. Was macht ein Bürgermeister in der Gemeinde? Außer, dass er in den Vereinen tätig ist, sondern er muss auch versuchen, dass er an der Gemeinde den Leuten mal sagt, was hier stattfindet in dem Land. Die rechte Stellung in dem Land. Und entsprechend den Leuten auch vielleicht mehr Hilfen als das, was hier stattfindet. Ich weiß, mit meinen Briefe, die ich schreibe, in die Ministerien, es kommt nichts retour. Es wird nichts beantwortet. Egal, was für Fragen man sich stellt, im Großen und Ganzen, man wird halt recht nicht als Reichsbürger abgestempelt. Und ich möchte dazu sagen, ich bin kein Reichsbürger. Ich bin nur jemand, der fragt. Und es gibt definitiv keine Antworten. Und deswegen stelle ich mich hier als Bürgermeister in der Gemeinde Nussloch zur Verfügung. Ob ich nun gewählt werde, das weiß ich natürlich nicht. Mit dem Entwählen, der Hintergrund wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich dazu stehen, was ich tue und auch weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.